Ich komm sonst gleich nochmal. Nein, ich komm nur da rum. Ach gut, doch. Halt. Komm schon her. Bitte. Hallo. Ich hab dann da für einen Boss ausgesucht. Nein, aber es ist hell. Und kein Nebel. Nebel. Und Lieblingskarte. Ich weiß ja nicht, was ich in die Map habt. Ja, gestern warst du nicht dabei. Dann vorgestern. Im Saloon, ja. Ach, nicht. So. Mein Freund der Immunität. Schüsse aus Church so die Richtung. Ja, seitdem die Giftspritzen so teuer sind, braucht die keinen Schwein mehr am Anfang. Ja, das kommt noch hinzu. Ich glaube, ran. Ne, halbe Loss, die kann ich mir nicht vorstellen. Das machen die bei Long Ammo nicht. Ach, ne, ähm. Ach, wie heißt der denn? Spitzer. Kommt hin, ja. Lass mal Darin. Wieso willst du hier bleiben? Ach so, ja. Ja, ja. Den Weg nach Fertanien City. Gestern hat einer... Oh, zwei. Ja, ja. Ich bin da. Ich glaube, es war auch nicht so viel Ausdauer, aber... Geil, wie der da steckt. Bei mir steckt der im Boden. Jetzt ist er weg. Oh, no. Gedroppt. Gestern hat einer... Gestern Nacht habe ich noch kurz bei Nino im Stream zugeguckt und da hat einer geschrieben, äh, Martini Henry Obrus. Das fand ich irgendwie interessant. In welchem Kontext? Ja, also eine halbe Martini. Wie eine halbe Mosin. Ach so. Ich sag, hier ist jetzt eine Kasse. Nee, nur ein Geldsack. Wir sind Bloodline-Exp. Noch ein Geldsack. Hier ist Koks und da sind nur die Koks, das ist auch geil. Toolbox. Wie sie alle Juhu schreien. Juhu. Jonas, ich... Sticky kannst du wegschweißen, ja. Ich stehe ja hier gerade in diesem Boot hier vorne drin, ne? Kennt ihr ja. Ja. Habt ihr mal den, ich weiß gar nicht, wer das war Nino oder Rachta sie, diesen Armbrustschuss vom Prism in dieses Boot, den Kill? Ne. Muss ich den mal entschauen. Das ist wirklich der absolute Wandel. Und danach wird er so krass, als Cheetah, Cheetah beschimpft. Ja. Psycho Ghost hat mal auch auf der Map in... Ich glaub, Fogged River ist da rechts vom Prism, glaub ich. Da hat der aus, auch Kirche so ganz grob die Richtung, einfach so ein Explosive-Pfeil nach oben geschossen. Und in Fogged River ist einer dran Dotyern. Schöner Airburst. Schöner Luftangriff. Oh, 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 da, da. We're Sister. Hat'n Hit. Ohne F-10. An dem großen Loch, aber ist jetzt schon wieder runter auf den Weg. Ne, ne, weiter links, da oben an dem großen Loch. Ist jetzt aber nach links runter. Na, na. Sparks hat den... ...Immo angemacht. Ja, die muss irgendwo da sein. Hinterm Zaun. Die hatte auch was längeres in der Hand. Also, Wunde. Geil. Hat'n Hit. Hat aber nicht aufgehoben. Ist nach links weg. Ich, ich kann, ich kann auch gucken. Irgendwer kriegt Hunde. Ah, ich muss nachladen. Batterie gleich leer, ja. Kommt auf mich zu. Schmeißt ne Highbrum. Oh, shit, die muss weg. Will aufhink. Ich kann auf die Leiche aufspringen. Ja, sehr gut. Was hat sie denn da jetzt gespringt? Achso. Gut, die Leiche ja blockieren, aber... Ich spring nochmal auf die Leiche. Ja. Ja, ich glaube, ich sehe sie auch. Den Batzen, der da liegt. Winfield hat die, ne? Da ist die Leiche. Ja. Komm mal auf, klingst. Die Leiche, der da kling, penetriert ihre Brust. Hier sind Muni zur Not. Ja, oben auf Metalltreppe, äh, Prison. Läuft auf jeden Fall, wer. Hast du noch mal ein Ventil nicht missen? Ja. Alter, deswegen... Ich kippe Gott, der da zieht weg. Boah, es lebt noch. Eine Lampe wäre schön. Ich habe Feuer. Alter. Ich hätte aber auch eine Lampe, könnt ihr euch aufheben. Ich müsste mich nur gleich covern, ein bisschen. Und vielleicht nochmal die Leiche pingen, falls ich das nicht gleich wieder finde. Lars, kommst du ein bisschen näher ran? Ich erinnere, muss mich ein bisschen beschützen hier. Oh, nicht fair? Oh, nicht fair? Aber hier ist es so. da hinten hinter so einem batzen und da kommt kommen wir kommen wir darum da in der hütte war muni las wo ich drin war naja die felis warum oben drauf jetzt müssen wir da 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 ich habe die blockiert robert hätte sie nicht gebraucht weil das war ein team wieso haben wir drei stücke tötet ja ich gehe jetzt erstmals fort und moni hier ist der toolbox hier ist viel falls er braucht und wo ich hier vorne auf der ecke war eine toolbox also innen drin ich wollte die alle matsch rot kapro gedrückt dann hat er aufs messer gewechselt der dem lack dann musste ich da außerhalb also draußen da dahinter und ich habe l2 durchgepresst und er hat einfach mit aufgehört das kann ich auch ein controller gut von mir ja ich habe leider noch gar nichts gefunden hier liegt nur romero aber ich war auch noch nicht im boss leer drin also hier ist mittlere munition eigentlich nur große also ich bin hier muss doch irgendwo sein hier ist mittlere hier ist eine munitionskiste ja ich habe aber erst mal beide waffen einmal voll hier ist noch mal geld hier oben ist noch eine munitionskiste ja nehmt mal weil bei mir sieht es relativ gut aus hier drin ist irgendwo eine treppe also der spark schuss war nordosten 45 alter sind wir behindert da unten ist gleich ein wagen kann ich mir aber ich danke euch dass ihr die felis getötet habt das war nämlich so ein penner der hat mich gestern zweimal getötet jetzt klappt es ne ich habe scheiß feiltaste hochgedrückt wegschweine wechselt auf das messer und dann halt die natürlich auch noch verfehlt cool wuchs ist leer geil ne frag ich krieg 99 es wohnt 20 ja ich lauf außen rum ja oh ich döde ich hätte ja auch serpent gehabt das wisst ich leider na doch da wurde ja gerade geschossen als du mich aufgehoben hast oder dass du einer gestorben ne ne sind erst mal noch am wagen naja ich sage ich bin gleich da nee der eine geht zum extraktion der andere ist noch am wagen eigentlich müssen wir uns den am wagen schnappen oder den am extraktion ja vielleicht kriegt robert den ja warum so not einfach weg sprengen schießt schon wieder auf mich einer ist down ich muss ich muss heilen naja jetzt hat er die axte genommen ja ja der herzlichen mir schon ja können hat mich wo da irgendwo dahinten down sehr schön er muss jetzt gucken nein nein das lebt noch einer mein akku ist leer ja ja das scheiß akkus leer schießt irgendwo da von der gleise glaube ich oder oben auf den steinen ich weiß es nicht hier ist eine toolbox las kannst du noch was anzünden holen oder so da auf meinen ping der 1er ping jetzt recht hinter den loks ich guck mal die bounty jetzt ist er weggehend ich brenne da hinten irgendwo dahinter dann hinter dem kratzen hier ist direkt hier im feld im feld headshot down ich würde gerne looten für eine sekunde ich weiß noch nicht wo er liegt er muss auch hier liegen höhe fährt war das also hier hier was ist das erstmal ein level so ich checke alles frei ich guck mal ob ich den anderen noch löschen kann well played der hier ist ausgebrannt wo ist der dritte der hat aber schöne waffen ach scheiße hier ist aber aus dem rand können wir machen soweit ist es nicht einmal ja dann los warte ich kann so weit laufen wie ich will solange ihr in der extraction bleibt nach 100 metern